... ... ... ... ... ... ... ... Hallo! Das beste aus Freljoff! Der Sieg ruft. Bring mir etwas Gefährliches zurück. Um etwas Grenzlos zu tun. Oh, schau. Ein weiterer Kampf ums Überleben. So, mein König Befehl. Eigentlich wüsste das jetzt so gehen. Oh, schau. Oh, da. Alter, Warwick und die Kater sind ja schon. Ja, ja, ich glaube, wie ich hab. Der Geist des Kriegers bricht nie. Was war da noch? Popi, Alter. Wein. Ah. Mein Feier, der ist es, ja. Nice. Der Geist des Kriegers bricht nie. Wenn du mal wegschauen. Oh mein Gott. Aber, Blas, ich werde jetzt schon mal durchgefickt. Das ist ein Passwort. Ja, alles klar. Alles klar. Ich bin jetzt schon wieder los. Mein König befiehlt. Ich bin jetzt schon wieder losgekommen. Ich bin jetzt schon wieder losgekommen. Immer weiter. Es ist ein Passwort. Vierter Wocken. Verwalt. Verwalt. Vierter Wocken. Vierter Wocken. Der Geist des Kriegers spricht nie. Sollte ich hier sterben, erfroren und allein, sagt Ihnen, ich habe es für die Wissenschaft getragen. Der Sieg war... Es soll geschehen. Der Geist des Kriegers spricht nie. Immer weiter! Der Geist des Kriegers spricht nie. Der Geist des Kriegers spricht nie. Der Geist des Kriegers spricht nie. Das kann raus werden. Nach einer Trommel. Der Geist des Kriegers spricht nie. 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 was ist das denn die ich hasse wen was mache ich da ich mach wieder nur scheiße übrigens ist gerade 5 vor 0 da dachte ich mir nimmst du mal Aram auf kann ja eh nicht schlimmer sein als letzte Runde ja gut letzte Runde war an sich ziemlich nice was werde ich dann in diesem Video sehen meiner und die Sparsuchung ist so der Abfuckchamp besonders durch seine besonders durch seine Klone oder oder was auch immer das ist das fuckt so ab als ob er den getroffen hätte das verlieren wir ich müsste nur am Minion rumkommen dann könnte ich mich wieder hoch gehen ich habe gerade meine Holt gemacht da Fug ich habe die Ult noch gemacht er hat die nur nicht umgesetzt sagen müssen wir so ach ja das wird eine tolle Runde wir hätten sie jetzt schon mit unserem Turm mit dem zweiten dann haben sie noch gar nicht angefangen ist das dein Ernst Wukong danke wenigstens ein aber ich sag das ja schon Wukong ist ein Abfuckchamp er kann auch mit 0 life mit einem life kann er da noch rum springen wie so ein Flummi ja gut ich muss springen aber schon aber schon tschüss Kata oh fuck oh fuck oh fuck oh Mist da komme ich jetzt nicht mehr raus das war ein bisschen zu deep war ein bisschen sehr nice ult ja nicht Puppi ach die hat schon Sterex fuck fuck lai Malfight hat die meisten Kills ich dachte erst waren Warwick oder Kata aber äh Malfight na gut die Namen sagen schon mal das ne Karghul Ton Amon so Jungs die sind die fonds was mache ich dann? ich kaufe schon wieder nur scheiße ein ich weiß nicht wirklich wie ich sing sauber zocken soll deswegen zocke ich einfach mal so rum mir fällt gerade ein ich bin mit ihr eigentlich ganz am anfang ganz nice egal wo ich es jetzt jetzt wieder zu verkaufen das wäre auch wieder bisschen schlecht ich hoffe jetzt das passt auch von der lautstärke her so oder eben nicht oh man meine ults fuck ich vergesse immer die ult das ist mein problem der der schmähmen problem ähm ok da gerade sind an sich die drei wichtigsten down na gut Malfight ist jetzt keine so große nummer nur halt Vayne Warwick und Cutter sind ja gut warwick und Cutter haue ich ja schon öfters down als Malfight und poppy ja gut poppy auch aber ist eigentlich gar nicht so schlimm die beiden sie sind schon schwer aber so schwer auch wieder nicht da kommt ein triple mal ein bisschen hier hin ja hol du ok mit die dir nicht holen komm rum Cutter lass dich mal umarmen von mir komm rum alles klar alles klar mehr hab ich wenigstens oh Gott wait a second woher hatte ich woher hatte ich gerade das Dingens haben wir irgendwer mit Dingens äh ja mit Dingens Alter ich krieg gerade wieder nur Scheiße ne so unfassbar das kann auch niemals ich gerade gewesen sein der da wieder wie konnte ich gerade wieder auferstehen ja gut ich bin jetzt vielleicht so ein Noob was sowas angeht aber ganz ehrlich das verwirrt mich gerade wieso manche gerade wieder wieder leben es hat mir zwar nicht viel genützt aber es war schon es war schon neus komm rum meine meine jungs so wenn wir das hier jetzt noch schaffen es wurde wie auch ganz vergessen 少 sich ver ... 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